So Leute, für die wenigen, die es interessiert, äh, das letzte Mal waren wir genau hier stehen geblieben, wenn es weitergeht, hier bei Let's Play Final Fantasy 9, Endspurt ist angesagt, jetzt kommt das letzte Kapitel dieser epischen Geschichte. Was kommt noch alles auf uns zu in Memoria? Ah, natürlich wissen wir, was auf uns zukommt, der nächste Boss, der letzte der vier Chaose, der vierte Chaos, und eures Wissens nach, Kali kam schon, Tiamat kam schon, Aquadon kam schon, jetzt kommt Leech, der wohl hässlichste von allen. Ich mache euch hier vor dem Todbringer zu erblicken. Ein Level von 5 hat, ansonsten kann dieser Gegner eigentlich nicht sehr viel, wie gesagt, außer sein Todesurteil, das nervt mich schon. Hauptsache, ich konnte ihn noch einmal bashen, ha, 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 tot, aber der Segen holt ihn wieder, blablablabla, herbei. Ähm, eigentlich mehr kann dieses Etwas von Skelett nicht, also, es ist ein erbärmlicher Gegner, sagen wir es einfach mal so. Also, er kann nur mit Tod um sich schmeißen, mehr kann er nicht. Das ist ziemlich lästig ab und zu. Äh, ja. Zudem sie jetzt ins Grasbeißen durfte, aber auch sie hat ja Segen. Oh, es hat verfehlt. Wow. Wow, stirb. Oh, 4881, bam, bam, stirb. Ja, mit Lily kann ich jetzt eigentlich gar nichts anfangen, im Moment. Deswegen werde ich einfach bashen, dass dieser Gegner ins Nirvana übergehen möge. Weil, ich habe keine Lust, irgendwas von ihm zu stehlen, ich habe keine Lust, sonst noch irgendwas mit ihm zu machen, deswegen er muss sterben. Den Tod, den er mir bringen mögte, mögte, den werde ich ihm erfüllen, diesen Wunsch. Ah ja, ich hatte vergessen, man kann immer Levitas bei diesem Boss anwenden. Ist auch uninteressant, weil, ach, er sowieso keinen Schaden macht, von dem her. Scheiß drauf. War's das? Oh nein, er lebt noch. Welch fatales Monster. Es wird mich zerberstet, es wird mich zerfleischtet. Oh, es wird mich stoppen. Das ist natürlich noch schlimmer. Na, 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 na. Ausgerechnet jetzt passiert's. Ausgerechnet jetzt. Bei den ganzen normalen Kämpfen, die ich bis dato absolviert hatte, kamen mir Monster unter, die es immer wieder versucht hatten. Und ausgerechnet, der schafft es jetzt bei Sida. Egal. Das war's. Dieser Gegner ist eigentlich ein Witz, also, keine Ahnung. Ich hatte früher immer Respekt vor diesem Gegner. Äh, weil er, meines Erachtens, damals doch schon sehr stark war, aber... Jetzt. Puh. Puh. Was soll's. Puh. Wow. Ey, ey, ey. Kein Boden. What the fuck. Du kannst doch in der Luft laufen, Zidane. Ist das der Anfang? Nein. Es ist das Universum. Das Universum? Schon vor der Geburt Gaia's war das Universum existent. Fürchte dich nicht, denn mit jedem Schritt wirst du der Wahrheit näher kommen. Nun, schreite voran. Ich schreite. Weiter gesagt als getan. Alter. Alter. Alt. Alt. Sag ich doch, du kannst in der Luft laufen, wie die Shinigamis und die Erenka. Und da, du kannst es. Jetzt muss ich einfach irgendwie... ...diesen Weg da entlang auf die Lichtquelle zulaufen. So in etwa jedenfalls. Wuuu. Es ist nun nicht mehr eure vertraute Welt. Nicht mehr das Universum, das euch das Leben schenkte. Jetzt gilt es nun auch den Erinnerungen des Ursprunges zu folgen. Galant! Sage mir! Was sind Erinnerungen? Hm. Warum besitze ich fremde Erinnerungen? Warum besitze ich Erinnerungen aus einer Zeit, in der ich noch nicht einmal geboren war? Welch eine Frage, welch eine Schmach. Galant! Sprich zu mir! Ja! Die meisten glauben, dass Erinnerungen erst nach ihrer eigenen Geburt entstehen und sich auf ihren eigenen Erfahrungen basierend aufbauen. Jedoch macht dies nur einen verschwindend geringen Teil aus. Unabhängig davon, ob künstliches Leben oder nicht, es muss ein Schöpfer existieren, um es zu erschaffen. Und auch diese Schöpfer wurden ihrerseits von Schöpfern erschaffen. Alles Leben ist miteinander verbunden. Folgt man dem Faden, der diese Verbindung der Leben zusammenhält, gelangt man zu einem einzigen Ursprung. Dasselbe gilt auch für die Erinnerungen. Alle Existenz besteht aus ineinander verstrickten Informationen. Diese enthalten nicht nur die Information dieser einen Existenz, sondern die aller Existenzen. Erinnerungen gehören nicht einem einzigen, sondern entwickeln sich durch Auftürmen immer weiter fort. Die Erinnerung des nächsten Augenblickes ist gleichzeitig nicht nur die eigene, sondern die Erinnerung aller Existenzen. Man kann sagen, dass die Erinnerungen selbst für die Weiterentwicklung verantwortlich sind. Die wenigsten jedoch scheinen die Erinnerungen als solche zu verstehen. Die Unfähigkeit, in die Erinnerungen eines anderen Einblicks zu erhalten, suchen. Schon das allein ist der Beweis für das Unverständnis gegenüber den Erinnerungen. Was labert der? Was erwartet unser Ursprung? Die Macht über alles Leben und über all seine Erinnerungen besitzt einzig und allein das Kristall. Das Kristall? Wuhu! Ab hier müsst ihr den Weg allein beschreiten. Vernichtet! Kuja! Wer hätte gedacht, dass dies mein letzter Wunsch werden würde? Sieh dann! Das Kristall darf nicht zerstört werden. Seid auf der Hut! Garland! Komm zurück! Du schwule, impotente Sau! Garland! Nichts gegen Schwule, um Gottes Willen. Okay, ähm... Äh ja, auch wenn mein Leben nur zu einem einzigen Zweck erschaffen wurde, so bin ich doch dankbar dafür, dass mir ein Leben geschenkt wurde. Wow! 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 Und das ist die Kristallwelt. Ist das das Kristall, von dem Garland gesprochen hat? Jetzt können wir uns nur noch selbst von der Wahrheit überzeugen. Yeah! So, ab hier kommen nervige Kämpfe gegen nervige Gegner. Oder auch nicht. Äh, ja. Wieder mal dreht sich alles um den Kristall, um Kristalle, wie es bei den ursprünglichen Final Fantasy Teilen der Fall war. Äh, der Kristall, der erhalt alle nebens, ähm... Er muss beschützt werden. Ja, hier kommen die vier Chaosse jetzt nochmal, allerdings in kristallisierter Form. Äh, es bringt nichts, wenn man gegen diese Gegner kämpft. Sie geben weder Erfahrungspunkte noch sonst irgendwelche Scherze. Von dem her, adios, muchachos. Nein, nicht auf sie dann! Und es wirkt auch noch. Ah, leck mich doch, armer Arsch. Gut, dann muss ich ihn gleich mal heilen und dann, ja. Uh, weh. Ja, und der... Der... Und natürlich, natürlich auf Steiner. Also... Also noch beschissener geht's nicht, oder? Alter Schwede. Ich meine, gut, er lebt wieder, aber... Jetzt wurde es dann angewunderbrochen. Schla-la-la. Was für Phoenix-Fehler? Ich wollte ihm noch keine Phoenix-Fehler geben. Ich wollte ihm noch ein Allheimmittel geben. Ah, danke. Meine Güte. Also gegen diese Gegner zu kämpfen, das ist reine Zeitverschwendung. Also es ist, also... Ich weiß gar nicht, warum man sich so eine Scheiße hier einführen lässt. Äh, ja, ich bin ja nicht mehr im Stopp-Zustand. So. Trotzdem werde ich jetzt, äh, Steiner mal kurz heilen. Äh, ach, scheiß drauf. Du scheiß drauf. Schau. So. La-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la. Übrigens, beim nächsten Gegner... Ich glaub, da wäre es auch von Vorteil, äh, äh, Ding einzusetzen. Äh, Ima Levitas. Oder ich irre mich gerade. Ist ja eigentlich auch egal, weil... Keiner der nächsten Gegner kann mir irgendwas anhaben. So. Jetzt. Das ist der absolut letzte Speicherpunkt in diesem grandiosen Spiel. La-la-la-la. Wir werden das allerletzte Mal speichern, bevor es jetzt zum Final Showdown kommt. Gegen Kuya und Gefährten. Äh, la-la-la-la-la. Äh, ich hoffe, ihr hattet bis dahin Spaß an diesem Let's Play. Ähm, ich hatte es teilweise nicht. Wenn ich mal ganz ehrlich sagen soll. Uh, okay, ähm, 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 ähm. Jetzt will ich einfach überlegen, soll ich das komplette Ende jetzt an einem Stück la... Nein, ich denke, ich werde es doch nochmal in zwei oder drei Teile teilen. Was wird uns jetzt erwarten hier? What? Beim Kristall Kuya! Da seid ihr ja. Ihr konntet also die vier Chaosse, die ich aus dem Kristall schuf, besiegen. Ja. Aber ihr kommt leider zu spät. Schaut euch um. Seht, in welch einer Dimension ihr euch befindet. Und seht dieses wunderschöne Kristall vor euch. Es ist der Anfang. Der Ursprung. Das erste Kristall überhaupt. Hier ist die Geburtsstätte von allem. Hier hat alles begonnen. Wenn dieses Kristall zerstört wird, löst sich alles in nichts auf. Gaia, Terra, das Universum. Und auch ihr, mitsamt euren Erinnerungen. Alles wird einfach verschwinden. Halt die Klappe! Du laberst zu viel. Du glaubst, aber du kannst machen, was du willst. Und dann noch alle mit reinziehen. Dir werden wir nie verzeihen. Du bist derjenige, der hier und jetzt von uns vernichtet wird. Ha, 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 ha. Und danach? Jetzt, wo Galant nicht mehr ist, werdet ihr das Schicksal beider Planeten nicht mehr aufhalten können. Der Baum Liefers wird völlig außer Kontrolle geraten und die Verschmelzung Terras mit Gaia verheerende Folgen mit sich bringen. Natürlich werden davon alle Bewohner Gaias betroffen sein. Auch eure Familien und Freunde. Ich hab keine Familie. Was ist euch also lieber? Ähm, ähm. Deine Vernichtung, Kuja. Solange noch ein Planet existiert, besteht noch Hoffnung auf einen Neuanfang. Ja. Nur weil du Probleme mit deinem Ego hast, gibt es noch lange keinen Grund, unschuldige Menschen mit reinzuziehen. Ha, 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 ha. Welchen Sinn und Wert hat es denn, eine Welt existieren zu lassen, in der man selbst nicht mehr ist? Hä? Aber wenn ihr so sehr euren Tod herbei seht, dann lasst mich euch einen geeigneten Spielgefährten vorstellen. Jetzt kommt der vorvorletzte Boss. Quasi der letzte normale Boss, sagen wir es mal so. Hier ist... Die Hässlichkeit itself. Hier ist... Talatus. Toss. Was für ein Gesicht. Lalalalalala. Komm her, ich werde mich selbst befetzen. Also auch dieser Gegner sollte eigentlich nichts auf dem Kasten haben. Gut, er kann Meteor. Wow. Ich kann ein bisschen was von ihm klauen. Aber ob ich jetzt überhaupt noch irgendwas klauen möchte von irgendwelchen Gegnern, ich glaube nicht. Ich werde jetzt einfach nur noch durchrushen, damit ich ein Ende mit diesem Let's Play finde. Damit ich endlich meinen, bam, inneren Frieden finde. Was dieses Let's Play angeht, weil... Ich schleife es schon so lange mit mir herum und... Ich möchte es jetzt endlich fertigstellen. Ich möchte es endlich beenden. Bäm. Macht vielleicht auch noch ein bisschen Schaden? Oh, ja. Das gefällt mir. So. Auch Talatus besitzt etwa 55.000 Lebenspunkte. So wie eigentlich alle Endbosse jetzt auf dem letzten Schlag. Ähm. Also ich bin eigentlich unschlagbar jetzt. Die Kämpfe werden jetzt eigentlich nur noch draufgebaschen. Ich werde jetzt hier keine Taktik oder sonst irgendwas anwenden. Ich werde jetzt einfach nur noch hier. Ich werde einfach nur noch durchrushen. Dämon, Klaue. Stirbt ja nicht. Du hast kein Recht auf dieser Erde zu wandeln. Nein, das hast du nicht. Lalalala. Eigentlich brauche ich gar nicht so was. Ich brauche nur noch andere. Ich bin zu overlevelt. Mir kann gar nichts mehr passieren. Bäm. Lalalalalala, ich möchte einfach nur noch diese Story hier zu Ende bringen. was habe ich euch gesagt hat uns das einfach ihr ihr habt tanathos besiegt aber nun gut ihr wollt das nicht anders jetzt werdet ihr meinen riesen ultra mega dildo spüren aber der abgang von hat das finde ich eine der schönsten spiel muss ich sagen lala 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 auch und endlich sie jetzt von fahrer also man bekommt auch von ihm nichts äther dunkelschweif also alles alles für die katz so jetzt kann ich mich noch mal frei bewegen ich könnte also noch mal speichern gehen ich werde an dieser stelle jetzt cut machen wir sehen uns das gleich wieder wir sehen uns gleich wieder wenn es dann zum letzten gefecht kommt bis doch